Das ist Frank. Er betreibt seit vielen Jahren eine Druckerei und ist Vater von zwei halbwüchsigen Kindern. Die fragen sich schon lange, wofür so eine Druckerei überhaupt gut ist. Nicht nur an den beiden Teenagern sieht Frank es Tag für Tag. Das Internet verdrängt den Druck. Der Preiskampf um die verbleibenden Aufträge wird immer härter. Deshalb trifft Frank eine Entscheidung. Statt wie jedes Jahr eine neue Falz, Stanz, Kuvertier oder Druckmaschine zu kaufen, muss diesmal alles anders werden. Er beschließt, in eine Software zu investieren, mit der er die Brücke vom Druck zum Internet schlagen kann. Seine größte Sorge gilt er bei dem Team aus der Druckvorstufe. Werden sie es schaffen, zusammen mit Frank den Sprung in die Welt des crossmedialen Marketings zu meistern? Er bräuchte also eine Software, die es seinen Mitarbeitern ermöglicht, neben Druckprodukten auch Webseiten, mobile Seiten und E-Mails zu erstellen. Die Lösung muss QR-Codes liefern und die Verknüpfung von Daten und Medien muss ohne Programmierkenntnisse funktionieren. Deshalb entscheidet sich Frank für eine Lösung von DirectSmile. Natürlich ist allerhand viel schwer, doch Frank kann sich auf die Unterstützung durch das DirectSmile-Team verlassen. So kann er von Beginn an alle Deadlines einhalten und seine Kunden glücklich machen. Mittlerweile sind alle Mitarbeiter ausgiebig von DirectSmile geschult und meistern mit viel Spaß auch die ungewöhnlichsten Kundenprojekte. Heute können Frank und sein Team gedruckte Mailings ganz einfach mit personalisierten URLs und QR-Codes versehen und somit jede Response genauso gut messen wie bei einer E-Mail. Die verschickt Frank jetzt auch und dank DirectSmile garantiert er, dass jeder Kontakt so angeschrieben wird, wie es seinen Wünschen und der rechtlichen Lage entspricht. Frank kann seinen Kunden nun viel mehr als nur Druck anbieten und damit endlich dem Preiskampf entkommen. Außerdem sorgt er mit Individualisierung und Bildpersonalisierung für steigende Response-Raten und ist jetzt der wichtigste Ansprechpartner in Sachen Marketing. Selbst Franks Kinder finden. DirectSmile war die richtige Entscheidung.